hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu einer neuen folge league of legend im modus ich hab dabei sascha nummer eins ich hab dabei sascha nummer zwei und wir haben dabei juna schrägstrich ami schrägstrich irgendwas mit bird das weiß man ja sorry ich war es war falsch ausgesprochen ist der dick du brauchst gar nicht reden ja genau danke schön und jetzt lehre ich mal kurz mein fail auf moin moin freunde und herzlich willkommen zu einer neuen vornochse ich hab es doch ein bisschen vergackt nee ehrlich ist mir gar nicht aufgefallen fast ich habe mir schuhe gekauft, oh mein gott ich war dumm LOOP DOWN! Geh mal einfach wieder mit Blatic nach oben. Ja, tu das. Dann mach ich Single Midlane, bevor die Scroll mit Morgana machen. Dir ist schon klar, dass wir jetzt zwei übelste Glaskanonen umfangen. Also noch mehr als eben. Ey, jetzt hab ich endlich jemanden auf der Lane, der endlich gut spielen kann. Ästhetik ist ja so ein Noob, ey. Ich war positiv! Ja, HIV-positiv vielleicht. Oh nein. Wir waren alle positiv. Nein, Quatsch. Solange da keine negative Zahl steht, seid ihr nicht negativ in der KDR. Meine Fresse. Ey, verholfen wir mal auf, ich bin hier nicht in Tower Range gewesen. Bullshit. So, nur um das mal klarzustellen, ja? Ich stell mich jetzt mal in den Jungle, äh, ins Gebüsch. Wir leben hier nicht in den reellen Zahlen. Warum hast du dir eigentlich den Jinx-Skin schon gekauft? Hab ich nicht, den hab ich geschenkt bekommen. Wir können das tun. Die Diskussion hatten wir gestern. Ja. Und wem hast du den geschenkt bekommen? Gut, Sascha ist gleich down. Ich denke nicht, dass du denjenigen kennst. Kenne ich die Person auch? Oder will er mir auch einen Skin schenken? Bitte den neuen Morgana-Skin. Wow. Hörst du aufhören, um mich rumzurennen, bitte? Ne. Ich finde, wir machen das. Was hast du davon? Ja. Wow. Eneutig. Du musst mich ein bisschen mehr anschucken, dann dreh ich mich schneller. Und dann wird mir schlecht, dann kann ich die Gegner ankotzen. Oh cool, ich hab Lux. Dann bist du Kokmar, alles klar. Ja, das ist, so ist Kokmar damals entstanden. Sorry. Oh nein, wir haben S4. Oh nein, wir haben S4. Uli und Yasuo. Ja ne, ist klar. Yasuo ist doch cool. Hey lol, das ist doch Ding. Oh, die haben die Aurelion passive. Ja, ist noch klarer. Lara spielt heute nicht mit. Oh nein, wir machen das sogar gar nicht so wenig Damage. Wow. Hört die auch irgendwann auf? Was ist passiert? Ne, leider nicht. Heilige. Engage. Ja genau, engage. Du hast getroffen, das ist wenigstens schon mal ein Vorteil. Ja, sag mal so, den treff ich immer nicht. Oh, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Ne, komm, warte. Den kriegen wir, den kriegen wir. Den kriegen wir nicht. Oh Gott. LOL. RIP my life. Das zahlt eh. Minimal. Ich glaube, wir haben eine sehr starke Kombo gegen uns, habe ich so das Gefühl. Ja, Lulu als Support ist halt schon gut und Ezreal ist halt auch. Warum hat er denn so viel Life Rack? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Okay, das hat nicht ganz so geklopft wie geklappt. Aber du hast doch auch ein 11, also ich habe ein 11er Life Rack. Gut, und ich bin tot. Danke dafür. Du hast ein 11er Life Rack? Ich habe 1,3. Ich habe 11,7. Wat? Wie er eskaliert. Alter, diese Ultis. Äh, diese. Da war es dann. Easy. Ja, klar. Achtung. LOL. Ist doch mal gut hier, Mädel. Alles klar, da darf ich mich halt. Bist du bereit? Für den N-Gage? Nicht wirklich. Nach dem N-Gage, bitte. SS. Diese fucking passive, ey. Nein, ich bin kein Nazi. Schweinerei. Aua. Also jetzt war ich, jetzt war ich endlich bereit für den N-Gage und dann passiert so weiter. Ja, jetzt warte noch 5 Sekunden an N-Gage. Ich glaube, ich brauche eine Ulti für die. N-Gage! Was? Wie, wie geht denn das? Ah, jetzt hat es funktioniert. Aua. Warte mal, wen spielst du? Also mein... Cassiopeia. Du nimmst hier auch rein. Klappt super mit Cassiopeia. Klappt super. Warum hast du die überhaupt genommen? Weil es voll läuft. Achso. Jetzt kommt Flash N-Gage. Oh nein! Oh nein! Flash N-Gage. Boah. Cage komplett verkackt. LOL. Wie der mit den Filmen. Rein und N-Gage. Wie soll man das ja ruhig hier ausweichen? Geh drauf! Lennox, sollen wir jetzt gleich auch mal irgendwann Engage rein und sterben dabei? Okay, weg 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 weg. Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Lennox, du solltest dich vielleicht ein Stück zurückziehen. War fast gut. Ich bin zu. Na um, ich brauche den Killen. Ich kann mich nicht healen, gell? Du musst mal ganz kurz... Ich hab zum Low Mana. Ich denke, du hast so einen harten Life Rack. Achso, jetzt haben sie auch noch die Cinch-Dings kicken da. Ja, kiki. Oh, nee, ne? Ohohohoho. Den Minion legt's mich. Er hat mein... Er hat mein Gage geblockt, die Sau. Go, 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 go! Du bist halt in Yasu, ne? Jo. Schönes Ding. Was? Ich bin verwandelt. Schweinerei. Immer schön auf der Giftspur bleiben. Oh. Äh... Von seinem Bären. Und ich bin wieder da. Immer schön hinterher rennen, wenn die das anhaben. Ja, ich kann damit... Lo, lo, lo. Ich hab mit 9 Taufen drauf. Ich hab keine... Ich hab keine... Oh. Alter, ich überlebe mit 8 HP. Ist easy. GG. Easy. Well played. Das Gute ist... Easyest game of my life. Ich hoffe, dass der Abheeler den Tower so schlecht daun bekommt. Engage, engage, engage. Nein! Da flasht der raus. Ach ne, der hat seine komische Ding gemacht. Warte, wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Angriffstempo, oder? Was suche ich? Jetzt aber, bist du bereit? Jupp. Oh mein Gott! Und da kommt der Red. Oh mein Gott, mach mal schnell. Renn! Obwohl, geh rauf! Ich hab Ulti. It's up. Lol. Ups. Oh, das passt schon. Komm schon! Carry the Carry hab ich gehört. Komm, wir machen den Tower. Wir machen jetzt den Tower, den Gegner. Können wir nicht. Können wir nicht. Wir können nicht pushen. Warum können wir den Tower nicht machen? Ich hab Ulti, aber keinen Mana. Ich geh mal eben einkaufen, ja? Alles klar. Zeit für ein Gerücht. Wir sind so OP. Wir machen den Tower. Machst den Tower? Kein Damage. Da ist er ja. Egal. Ich mach ihn trotzdem. Aua, aua, aua. Aua, aua. Ja gut! Alter, du schießt die Ulti einmal ringsherum. What the fuck? Was ist falsch mit dem Ezreal? Es ändert mich an die Lux-Ult. Oh, nicht schon wieder die Portale. Ey, sind das Portale? Was ist das? Nicht da reingehen. Diesmal ist es die Victor-Ult. Was kriegt die? Stun? Die macht ihr Damage. Und das nicht. Woraus du das Team denn hin? Achso, du gibst mir ein Schild damit. Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich weiß übrigens nicht, ob es ne gute Idee war, dass ich den Yasuka gekillt habe. Nein! Das war ne ganz schlechte Idee, glaub ich. Aua. Nein! Kann hier nicht ausweichen. Das ist auch schlussig, von der Aesthetic hört man immer nur. Nein! Was soll ich denn machen? Weil Static ist in den deutschen Spielen immer sehr einwürdig. Ich bin tot. Ja! GG, easy. Komm, tu den! Ja! Ja! Kill! Jawoll! Oh, wieder der Yasuka. Also Static, ich hab gehört, diejenigen, die nicht positiv stehen, sind scheiße. Ich stehe auf 0. Learn to play. Ach man, was soll das denn? Guck dir doch mal die Ulti an! Ja, fahr doch safe unter dem Tower. Vorsicht, die kommen Mitte, die kommen Mitte. Ich bin tot, ist doch egal. Ja, entschuldige, dass ich dich vorgewandt habe. Kommt nicht wieder vor. Gut. Hoffe ich doch. Wissen wir jetzt Bescheid. Engage! Ich bin engage. Die konzentrieren sich, glaub ich, trotzdem auf die Mitte. Los, jetzt! Und was? Ach, die machen auch Damage bei uns. Okay. Okay, rip! Nein! Oh lol, die Minions killen mich, merk ich gerade. Guckt euch die Welt an die Ultis! Ja, dann musst du dir mal die Lux-Ulti angucken. Oh, da kommt eine noch bei uns durch. Genau! Oh mein Gott! Ach, den ne, falschen. Ach, ich kann laufen, das ist nicht so schlimm. Jaaa. War schon ganz schön gut, was wir hier machen. Ja. Also, Botland fehlt, so. Ja, die kommen gerade zu mir und werden mich jetzt, ne, vernichten. Ja, sollen wir den Red... Ne, bei uns ist... Oh, bei uns ist Udi jetzt. Finde ich gut, dass der weg von uns ist. Leute, die Leute! Helm! Ach, dann pushen sie jetzt Botlane. Ja, ich geh nochmal kurz back. Kauf mal und komm runter zu euch. Okay, wir halten uns. Oh! Aua! Was ist das? Da war übrigens die Lux-Ult. Ja. Nice. Oh, gute Arbeit. Komm, den rippen wir jetzt. Den rippen wir jetzt. Ich bin gleich da, ich hab Flash! Nein! Nein! Ich bin zu langsam! Oh, lol! Oh mein Gott, schnell irgendwas drauf machen! Los, Kizzy! Ja, nice! Da kommt der Rest! Wo ist da? Da kommt der Rest! Hilfe! Hilfe! Töte den! Yes! Oh, oh, da kommt... Ich bin unterwegs! Bin unterwegs! WTF! Ich hatte die Hoffnung mit Cassiopeia übrigens, dass die Bots relativ viel Angst vor Skills haben. Und deswegen ständig vor mir weglaufen, weil ich ja durchgehend Skills schießen kann. Aber der Plan geht nämlich auch. Oh, fuck! Oh, Tower Dawn. Das ist aber gar nicht so geil. Alter, die machen ja auch nur minimal Schaden. Was kaufen wir uns denn jetzt? Ho! Ich hab die Luxe engaged! Töte die! Ich komme! Ich komme! Ich sterbe! Ich geh mal back kurz! Ja, ich auch! Was zur Hölle läuft da? Die sind alle groß! Ich bin so tot! Ich bin so tot! Äh, nicht nur du! Oh nein! Er tötet mich! Scheiße! Bin sofort da! Wieso hab ich die Ulti nicht benutzt? Damage! War ne gute Ult, hat nur leider... Leider jetzt keinen getötet! Engaged! Komischerweise nicht! Warum nicht? Aber die hätten alle tot sein müssen! Die hätten alle tot sein müssen! Ich wollt grad sagen, hau irgendwas drauf! Hau irgendwas drauf! Ich müsste Assist kriegen! Fuck, ich bin... Ja, nice! Ich hab nur Assist gekriegt! Assist! Ich bin negativ oder was? Nee! Ich stehe immer noch positiv! Und du? Ja, ich bin schon mal nicht negativ! Da wollte er nämlich schon wissen! Ah, ist er negativ! Oben mit ist Lux! Oben mit ist Lux! Was denn jetzt? Oh Gott! Ja! Oben mit! Von... Alles klar! Ja! Ja! Jetzt weißt du wie die auf ner Lane ist, so ungefähr! Dass die gegen mich immer so eskalieren müssen! Boah Aldi, die haben aber auch ein krasses Aim, weißt du? Ach was? Die sind gleich gescriptet! 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 Ich wüsste wo du langläufst! Jetzt Timo! Oh hier! Das ist so schön low! Ah ne warte! Wir müssen eigentlich nach unten lag! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh guck mal da kommt ne Ulti! Da kommt noch ne Ulti! Ey mein Ulti macht überhaupt kein Damage! Ah ne! Hör rein! Jetzt engagen wir! Komm! Wie engagen? Wer engagen ist? Ich hab immer schon kill! Nein! Sie stirbt nicht! Oh sie stirbt! Wo wollen die hin? Drauf da jetzt! Eee! Gibt alles was ihr habt! Ich hab nen Kill! Ich bin tot! Ich glaube ich stirb auch! Nein! Oh Mann! Oh nein! Alles klar! Ok! Jetzt ist der uselessste Charakter überhaupt! Platic, du lebst noch! Do something! Ich komm und unterstütze dich! Jetzt Platic! Engage! Doch hab ich denn nichts vernünftiges? Was tut mir mit deinem Engage alter? Alter! Natürlich der Killsteal! Ich bin da! Aber echt? Ich bin da! Der wird draufild! Der wird draufild! Die Schrauben! Holy moly! sich einfach da platz ich einfach das war es tschüss ich war vorne und ich war tod richtig richtig schlecht aber wenigstens habe ich diesmal komplett aufgenommen wir können ja noch die stats vergleichen wir machen direkt noch eine runde hinterher er genau so sehe ich das auch hätte gesagt jeder der negativ ist ist gut alles klar lassen wir so stehen außer ästhetik ja das war's dann für heute kann ich kann ich mit leben ganz dick ap dafür noch mal würfeln nein ich habe noch einmal zweimal alles klar aber noch nicht mal einmal hast du auch nicht beim ersten mal dein charakter ausgebildet ach so das ist okay dann mache ich noch mal da muss man ganz kurz gucken wie man banker spielt zeigt spieg einfach platform endlich schon mal richtig und jetzt muss man mal riech detekt posterior nicht du ziehst das gerade unnötig in die länge das ist dir schon klar ich das richtig dass wir malzaha dabei haben ja das ist ganz schön sexy muss ich sagen 6 alter ich will ich will 6 ulti nicht sehen nein das will ich nicht ich habe gegen die alle schon dem bots auf dem modus gespielt also es wird nicht schön heute ist angebe ich hab kein real life ich kann so viel spielen ich hoffe kennen dass du wirklich der liebes ich weiß nicht woher ich die skins habe ja klar ich habe nicht alles gekauft ja gekauft kann ich kann ich ja jetzt nicht bescheuert ich hab's mal vergessen die haben zyra geändert das heißt also kein ich kenne das kunig ist das kuh anders ja das kuh spawnt da eine pflanze unten mit ein paar ausläufern zur seite hin wo du es hinsetzt oder soll ich top sparen pflanze so eine wall macht das ding ne bleib da ich bleib bei dir bleib bei dir ich bleib an deiner seite wow gay sonst bekomme ich noch etwas das ja wenn ich bei dir wäre es wirklich gay gewesen aber so halt eher weniger aber mir hoff das alles anzuzeigen ich brauche freie sicht auf mein feld ich 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 pflanze pflanzen automatisch warum das ist eine passive ich tanze wenn du deine fähigkeiten darauf setzt kann eine größere pflanze daraus wachsen die ja das kenne ich ja von zyra aber ich kenne das nicht mit automatischen pflanzen wachsen und mit dem rest das kuh das kuh ist neu ästhetik warum bist du so ruhig das bin ich voll ungewöhnt wohnt sind eben schon wieder zu laut ästhetik alles klasse afg gg well played ich will nur einmal anmerken ich habe gangplang erst einmal im one-on-one gegen scroll gespielt und habe hart aufs maul bekommen na toll stimmt wohl aber wen habe ich damals gespielt du hattest diana oder sowas ja dann ist es eigentlich fast schon traurig dass du da aufs maul gekommen hast ne ich hatte diana dachte ich doch du hattest diana gesagt diana diana oh nein wir haben juli hier unten oh Neul ich bin nachkämpfer jakiki wir haben juli und six hier unten ja wir haben fukong hier oben und malzahra und malzahra wir sind sowas von gel also ich habe gott zeit dank habe ich zuerst meinen charge gespielt ja ja ich bleib mal unter dem tower stehen ne ich hab nur nachkampfer griffe Letztendlich bin ich tanky. Alles klar, alles klar. Oh mein Gott. Gut, dass du tanky bist, Alter. Ich bin tanky. Da spawnt ja gleich drei von den Viechern. Jo. Och nö. Die machen so ganz dezenten Schaden. Bleib mal hier unter dem Tower, okay. Das ist das Dingsfass. Ja, so muss das. Oh Gott, die Bomben rollen hier immer noch rum. Die verfolgen mich. Wenn du die hintereinander reißt, dann kannst du die auch nacheinander... Okay. Was ist das jetzt, der Teppich? GG, das war's. Scheiße ey. Äh, was tue ich mir als erstes? Ich hole immer ein bisschen mehr Leben als erstes. Aua. Entschuldigung, meine Tears. Also wenn du willst, kann ich mal engagen. Ähm. Was du mal mit dem Engagen hast, Alter. Weiß nicht, ob ich das will. Ich bin gerade auch eher nicht so positiv dazu eingestellt, muss ich sagen. Aua. Ripple. Ach nein, jetzt kommen die Bomben wieder, pass auf. Von wem kommt dieser Kristallteppich da? Ist das dem sein Blockenteppich? Ah, Ziggs. Ziggs, Sana? Ah. Alter, die Bomben. Nein. Nein. Ich will das gar nicht sehen, was da unten abgeht. Bei Ziggs? Ja. Nene, lass aber gut sein. Derzeit geht's ja noch. Einigermaßen. Irgendwie. Au, fuck. Aber Cheekap ist halt auch richtig krass, muss ich sagen. Aua. Ja. Ja. Ich bin da mal so. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nein, 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 nicht. Oh, 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 oh. Ich bring dich wieder da. Ja, ja, lass dir Zeit. Oh, oh. Nein. Oh nein. Nee, lass mich in Ruhe im portal. Warum kann's das denn finden? Mmmh ... Silenced. Oh nein, schnell weg da! Ä mi ... oh ... scheiße! Ja, lauf zu mir! Ich kann's uns nicht machen. Oh Gott! Ha! Ich renn fast noch ein! Also, ich bin so minimal useless. Ich auch. ... willkommen im Club. Die sind, glaube ich, hier insgesamt nicht so gut, auch wenn es Tanks sind. Alter. Oh Gott, die bomben schon wieder, hey. Aua. Aua. Achso, der meint... Oh mein Gott. Hilfe! Hilfe! Bin hochgucken. Oh, scheiße. Ich bin in den Teleporter reingekommen. Tschüss. Scheiße. Fuck it. Ich wollte mich noch wegporten, aber es funktioniert gerade nicht so schnell. Aua. Aua. Hilfe! Oh Gott, ich bin sowas von im Arsch hier. Ich habe überlegt, ich bin easy. Ja. Aua. Ich will nicht. Spiel doch mit mir. Schock, Junge. Nein, 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 nein. Der hat mich gestunnt während meinem Grab. Okay, ich bin jetzt schon wieder fast durch. Oh Mann. Oh, das ist nicht wahr. Also ich habe gehört, wir bleiben nur in unserem Tower und clearen nur die München-Wave. Weiß wir das schaffen. Oh nein, ich stehe wieder. Ah. Oh Gott. Das war bezent knapp. Ich habe echt gedacht, ich stehe weiterhin noch drin. Oh. Oh. Alter, boah, der Chogat, der geht mir so hart auf die Nerven. Engage habe ich gehört. Okay. Oh. Oh. Nein. Oh Gott. Nein, ich kann es mir doch nicht allein lassen. Doch, siehst du ja. Äh. Fuck. Vertraust du mir? Oh shit. Oh shit. Ich habe dir mal so Holtier aufgesauft. Und bin weggeportet worden. Also nicht schon wieder die Dinger. Ich hau' you on the river ab. Ich komme nicht weg. Nein, noch nicht. Doch, komm weg. Nein, ich komme nicht weg. Ähm. Ästhetik, magst du mir entgegenkommen? Nö. Okay, der Wukong ist abgehauen. Alles cool. Ästhetik ist eh salzig. Salz. 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 Baby. Din 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 din. Oh, Wukong ist bei mir übrigens. Oh. Stimmt, unser erster Tower's Down übrigens. Und die anderen auch übrigens. Das heißt, die gehen bestimmt. Ja, die gehen jetzt wahrscheinlich bot. Gut, dass du rechtzeitig Bescheid gesagt haben, wir beide. Ja, aber ich bin so ganz dran gedacht. Bist du bereit für den Engage in 70 Sekunden? In 70 Sekunden? In 70 Sekunden? In 70. In 70. Haben wir irgendwo wen, der low ist? Ich kann meine Ulti draufsetzen. Ja. Ich. Ich hab auch Ulti, wir können Combinations machen. Wenn deine nicht reicht. Lass uns. Warum bin ich denn schon wieder so? Das bringt uns jetzt mal den Tower herzu. Aber lol, wir haben sie work. Jetzt auf unseren eigenen scheiß Towern hier in der Base ist sie. Wie weit geht denn das? Alter. Der Engage. Der Engage. Oh, da ist Walter. Okay. Lauf. Man. Der. Der. Der Rückzugs-Engage. Anti-Engage. 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 Ich glaub's auch. Ja, komm mal. Bot-Lane bitte. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Ja, die Ulti ist gut. Du triffst Chewie gerade ganz gut. Lauf. Lauf? Oh Gott. Ich bin tot. Minimal. Minimal sagt er. Bin ganz bisschen. Guck dich mal die Chewie-Ulti an. Ja, die Chewie-Cure. Die Chewie-Cure. Die Chewie-Cure. Die ist so gut. Oh Gott. Ich hab Meiser-Haft schon wieder erwischt. Ja, GG. Oh lol. Wo kommt er denn her? Ich hab gleich meine Ulti ready. Was war das denn? Weißt du, dieser Modus ist sowieso schon scheiße schwer und ich krieg noch den Useless-Charm schlechthin. Okay, ich hab meine Ulti jetzt ready. Rein. Engage. Wieso wirklich? Ich hab Sonias gedrückt. Ich konnte nichts machen, meine Ulti wurde unterbrochen. Komm, den hole ich mir hier. Kann man wenigstens dieses blöde Ding am Tower aufhören. Ja, das ist echt. Legen wir halt alle Knie. Ach, fuck. Das ist gar nicht übertrieben oder so, das Q. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Aber du bist da, ah nee, du bist nicht allein da. Ich bin wirklich da. Ich komme. Geht ihn. Geht ihn. Oh, ich krieg niemand fucking, es ist drauf. Ja, geht. Gute Arbeit, Leute. Gute Arbeit. Ich glaube wirklich, ich hab das Gefühl, das Ding hier ziemlich OP ist. Diese Midlane. Wie heißt denn da nochmal? Yasu. Dass wenn der mitspielt, dass das Game eigentlich schon vorbei ist. Ihr Lux geht hier irgendwo hin. Okay, dann sind wir da und holen sie Sascha, gegen die kommen wir vielleicht noch an. Äh, unten sind Malsacha und Ding jetzt klicken die da. Okay, dann rapen wir die zuerst. Oh mein Gott. Jetzt, Mann, wo haben die überall ZZ-Rods stehen? Ulti ist an, Ulti ist an. Ja, bei mir nicht. Ja, okay. Ich hab fast Damage gemacht. Okay, Wukong. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich hab auch immer ein erstes Eindruck. Dieser Slow, Alter. Ich hab das Gefühl, Wukong ist minimal gut hier. Aber nur minimal. Die sind alle minimal gut, die Bösen. Oh ja, ja, ja. Alles klar, ich bin im Stun erstmal noch. Platic? Ja. Alles safe? Das ist ein Kill für uns. Nein, doch nicht. Ja, wo? Doch. Ähm. Kiffi. Double Kill. Läuft. Fuck. Jetzt machen wir halt schon so viel Damage. Oh lol, die sind ja Bot-Lane schon durch. Ja, natürlich. Jetzt kommen sie Mid-Lane. Was erwartest du denn auch? Ich hab jetzt meine Ulti wieder. Also wenn wir da irgendwas machen können. Wer bist du überhaupt? Ich bin Gangplank. Wer bist du? Achso, was bist du? Mitte, da, hau rein, hau rein. Hier, der, wo kommt. Direkt vorbei. Ich hab nen Kill. Jawohl, weiter. Wie krieg das denn, ne? Ich krieg nur Assists. Ich hätt gern Snowball. Ich bin tot. Boah, die Ultis. Der Ulti ausgewichene. Die. Ich weich ihm eben Lux-Ulti aus. Ja, warte doch mal. Warte. Ja, ich bin gesandt. Du bist so ein Nubbel. Call is Call, Aesthetic. Ich bin doch gelaufen. Guck mal, das ist so ein Nubbel. Guck mal, das ist so ein Nubbel. Guck mal, das ist so ein Nubbel. Ja, ha, ha, ha. Und sie bei Sonnyrod. Ist voll mein Sabo, die Dinger. Ich check nicht, was das ist, aber gut. Ich check nicht, was das ist, aber gut. Mann, Aesthetic hält mich halt echt nicht an die wichtigste Rolle in dem ganzen Spiel. Oh, die looks wieder so low, aber ich krieg mein Ulti erst dann, keine Ahnung wie viel. Okay. Okay, scheiße, ne. Mal mein Spiel weg hier. Mann, was ist das denn mit dem Damage? Der Affe. LOL. Der hat sogar noch einen Void oder was? Der kann sogar noch ranziehen. Wenn er ultiert. Ähm. Ich will nicht respawn. Ich glaub, wir sind ungefähr gleich schnell wie vorhin. Ulti an. Zack. Binter. Das war der wichtigste Engage in this game. Weiter, 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 weiter. Dabei, dabei, dabei. Nee, nicht weiter. Genau, der Snack da bin ich einfach weg. Ulti. Wie sie sich freut, die dreckige Luchs. Ist das lächerlich, ey, mit der Luchs. Ah, Mann, ey. Die blöde Hoe, ey. Die Hacke. Die spitze. Die blöde Hacke, ey. So ne Hoe, ey, du ist die richtige Hacke. Kommt, die Luchs. Bist du bereit, Ladik und Sascha? Nee. Gut, dann mach ich halt nicht mehr. Oh, Rinder. Nee, ich bin tot. Und Rinder. In dem Moment sind wir alle gecaged. Ey, da war nie Ultis, ne? Okay, Luchs ist richtig ätzend. Läuft fast daneben. Auf den Wukop. Ulti Waste. Nee, ne. Nee, meins. Malte H. Malte H. Malte H. Zwei Attacken, ich bin weg. Okay. Ach, Mann, ey. Hau nur ab, Junge. GG, easy. Okay, äh, wie sieht's aus hier? Ja, Spiel ist gewonnen. Sollen wir engaging? 25 Sekunden. Oh mein Gott. Na, ich bin nicht getroffen worden. Und ich bin tot. So geht's mir auch. Geh doch weg, Junge. Okay, das ist wieder GG. Nee, 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 ich hab noch mal der Ulti. Ich hab noch mal der Ulti. Ja, was soll das denn wegen? Okay, ich konnte nicht mehr reingehen. Die greifen kaum nicht weiter an. Oder fahren sie doch? Ja, GG, hätte ich gesagt. Alter, what the fuck? Also, ich hab die Midlane gewonnen im Übrigen. Ja. Ja. Ja, hab ich wirklich. Ja. So meinst du das Early-Early-Gaming. Early-Murly. Die erste Minute, wo noch keine Minions entlang liefen hast. Nee, also ich hatte irgendwie 3-0 oder 3-1 oder so. Aber das war eine wunderschöne Folge. Lasst uns alle sterben. In Loll. Äh, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.